Bruder, verpiss dich, Alter, verpiss dich einfach. Sorry, aber das hat sich so schrecklich angehört. Hallo, liebe Gamer-Community. Hallo, Akali. Mein Guts ist da. Möchtest du mit dem Video sein? Da, guck mal, da ist die Kamera. Und wir gucken uns heute Revi-Memes an, Alter. Nein, möchtest du das nicht? Soll ich dich wieder runterlassen? Könntest du auch für mein Gesicht zu lecken? Perfekt. Danke, dass du hier warst, mein Guts ist da. Also bitte. Nein, berühm dich. Ey, nein, berühm dich. Leute, wir schauen uns heute Revi-Memes an. Und es ist lange, lange her, dass ich das nochmal gemacht habe. An der Stelle danke an Leo, der sich heute diese Revi-Memes hier rausgesucht hat. By the way, eine kurze Info. Mein Auge trief, weil er gar nichts geleckt hat. Und ich streame heute wieder um 18 Uhr, meine Freunde, mit meiner neuen glamourösen Frisur, die aussieht, wie Draco Malfoy nach einem extrem langen Heroin-Missbrauch. Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen uns jetzt einfach mal diese ganz tollen Bilder hier in Double-Time-Übergeschwindigkeit an und beginnen mit dem ersten Revi-Meme, wo ich ganz ehrlich sagen muss, hey, Leute, ich habe auch ein Subreddit. Keine Ahnung, war ich jetzt seit guten 8 Monaten, 9 Monaten, 10 Monaten nicht mehr aktiv. Der Link ist in der Videobeschreibung. Falls ihr Reddit nutzt und Bock auf kranke Leute habt aus meiner Community, dann kommt da doch mal rein. What the f***? Friseur eigentlich hier, ich verstehe es nicht. Beginnen wir einfach mit dem ersten Meme, meine Freunde. Revis Community. Lustige Revi-Memes, kreative Revi-Memes, gute Revi-Memes, unlustige Revi-Memes. Und das ist so mother f***ing god damn true, Leute. Ich schwöre es euch, diese Revi-Memes, die ich hier vorgesetzt bekomme, für meinen Content eigentlich, meine Freunde. Also ihr schreibt ja quasi das Drehbuch. Für dieses Video schreibt ihr theoretisch selber, ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Freunde, gute Drehbuchautoren seid ihr definitiv nicht. Also das ist weder lustig, noch irgendwo unterhaltsam. Es ist einfach nur maximal peinlich. Und ich würde euch bitten, das einfach ein bisschen zu überarbeiten. Vielleicht ein bisschen mehr Mühe, da reinzustecken, damit ich bessere Videos machen kann. Sag mal, Akani frisst gerade eine komplette Rolle Kühlpapier. Ich bin sofort wieder da. Wann, warum denn, du Assi-Alter? Guck mal, wie das hier aussieht. Nein, hör auf, nein, nein. Wenn du der Meinung bist, bitte, Digga, du bist hier der Lustigste, dann mach das Video, komm, mach das Video, bitteschön. Mach das Video. Hier, Mikrofon. Doch, hör auf, aus, du. Hier. So, jetzt, bitte. Mach, mach doch. Mach doch, wenn du dich so gerne in die Vorderung drängelst. Ach, jetzt willst du auf einmal nicht mehr. Ja gut, dann mach ich das jetzt. Und du fängst an im Gegenzug einfach mal keine Schmerzen vor. Machen wir das so? Perfekt, Digga. So, Leute. Achtung. Ja, danke an Shio, Jujujo, Hishi für dieses passende Meme. Extrem stark, da gibt es 10 von 12 gute Nudelpunkten für. Gute Memes posten. Aktivität. Irgendeine Sch*** hochladen in der Hoffnung, dass man ins neueste Video kommt. Genau so. Das Revinz hat Subreddit, meine Freunde. Gepostet vor zwei Monaten. Aua, schmerzhafte Erfahrung. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne nochmal reinkommen und ein bisschen aufräumen, Leute, weil es wäre echt notwendig. Leute, wir brauchen aktive Mitglieder im Subreddit. What the f***? Da können die bitte kommen. Nö. Revi, hast du schon wieder mein Dego klaut? Ja, denn ich bin Robin Hood, denn ich stehle es immer und verteile es unter den Armen. Gut. An der Stelle, meine Freunde, würde ich mir gerne, wenn es dann möglich wäre, mit dieser Banane einen Kopfschuss geben, weil dieses Meme mir komplett, komplett die Lust auf den anstehenden Stream versaut hat. Danke für nichts. Ja, nee, ist lustig, ist funny, weil unter den Armen, unter den Armen verteilt. Das sind ja die Arme und die armen Leute. Genau. Neues Minecraft-Video von Revi. Revis Fortnite-Community. Abonnenten, die schon lange dabei sind. Haha. Alter, mein Kanal ist echt ein Sch***zaufen, der von jeder Trendbewegung gesteuert wird, Leute. Kann man nicht anders sagen. Ist aber auch gut so. Wir werden auch, wenn Fortnite wieder extrem viele Views macht, natürlich Fortnite spielen. Das ist ganz klar. Birth Control Effectiveness. Condoms, 99%. Birth Control Pills, 99%. Revis Fresse, 100%. Ach so, ihr denkt, dass ich keine Kinder bekommen werde. Hahaha. Ah, vielleicht habt ihr recht. Richtig. Stehen zwei Kühe auf der Weide, sagt die andere Mu. Sagt die andere, das wollte ich auch gerade sagen. Und das, meine Damen und Herren, ist ja wieder der beschissenste und ausgelutschteste Joke 2019. Diesen Preis, diese goldene Banane, überreiche dir hiermit und du kannst sie dir herzensgerne in deine eigene F***ram. Hauptsache, da kommt nichts mehr anderes raus. Perfekt. Danke dafür, Team Insight. Extrem lustig. Woran ist das tote Meer eigentlich gestorben? Genau. Und Meer wird ja auch bekannterweise mit H geschrieben, meine Freunde. Jeder weiß, dass das tote Meer mit H geschrieben wird. Denn es ist ja nicht mehr tot. Genau. Jetzt habe ich es fortgeführt, den Witz und sollte mich schleunigst verbuddeln. Perfekt. Die Zunge ist der stärkste Muskel in unserem Körper und wollen wir kämpfen? Ah, ist ein Joke, ne? Wegen Zungenkuss und so. Ja, also, will jemand kämpfen jetzt oder nicht? Rezo, wie sieht es aus? Was macht eine Blondine mit einem Stück Brot auf der Toilette? Sie füttert die WC-Ente. Guck mal, meine Memes funktionieren ja eigentlich dadurch, dass man ein Bild hat. Kannst du den *** aus dem Mund nehmen, Alter? Was ist denn heute mit dir? Kannst du einmal aufhören, Sch*** zu bauen, Akani? Du hast das Video schon zehnmal gestört. Guck mich nicht so süß an mit deinen großen Augen. Lass es! Ja, Memes funktionieren ja bekanntlicherweise so, meine Freunde, dass ein lustiges Bild zu einer Situation passt und das dann irgendwie zu einem Running Gag wird. Das hier ist einfach nur wieder irgendein schlechter Flachwitz gepaart mit einem total unpassenden Bild. Perfekt, ich bin dankbar. Ja. Revis Queen postet davon auch mit einer Hose zu einem Rockkonzert. Ja, was soll ich dazu noch großartig sagen? Geht gerne auf ein Rockkonzert. Von mir ist auch mit einer Hose. Hauptsache, ihr hört auf, diese Bilder zu erstellen. Nutzt eure Zeit anders sinnvoll. Also, ich weiß halt nicht, wie... Ja, ich bin nach raus. Ich bin nach raus. Tut mir leid. Tolles Video, mach weiter so. Edit. Danke für drei, für 734 Likes, Leute. Das bedeutet mir so viel Dank an alle, die bei mir geholfen haben. Ohne heute hätte ich das nie geschafft. Und das, meine Freunde, ist wieder ein anständiges Meme, weil es passt irgendwie wieder. Es passt einfach. Ich freue mich über das Kommentar. Tolles Video, mach weiter so. Nicht alle liken es hoch und dann wird das Kommentar editiert zu Toll, danke schön, danke toll. Checkt nochmal meinen Kanal aus. Ich mache gerade eine iPhone-Verlosung. By the way, meine Freunde, auf Instagram, nochmal, ich mache gerade keine iPhone-Verlosung. Ihr könnt mir da gerne folgen, aber ich werde euch kein iPhone schenken. Nur, dass ihr das wisst, Grüße geht raus an der Vive HD. Darf ich mal dein Handy haben? Budapest. Budapest, das ist die Hauptstadt von Ungarn. Was heißt ja eigentlich Ungarn und nicht Ungarn? Da hat sich derjenige wohl vertan, der das hier gemacht hat. Das Meme, Mensch, Alter, das ist ja ganz schön peinlich für die Person, oder? Also, wisst ihr, es gibt diese Momente, da schaut man sich um und schaut auf diese riesigen Bildschirme und denkt sich eigentlich dann an der Stelle auch, wofür. Wofür mache ich das, wenn ich mir diese Sch*** jeden Tag reinziehen muss? Ich verstehe es nicht. Ihr glaubt niemals, was 100 Spieler? Let's Plays. What the f***, Mann. Das ist ein absolut bombastiges Format, was eine Menge, Menge Views und eine Menge neue Zuschauer auf meinen Kanal gebracht hat. Und da wir jetzt gerade kurz vor den 3 Millionen stehen, ich habe übrigens gesehen, meine Freunde, dass ich tatsächlich von, keine Ahnung, Alter, ich denke mir jetzt irgendeine Zahl aus, dass 50% meiner Zuschauer meinen Kanal gar nicht abonniert haben, also lasst doch ruhig mal ein Abo da auf meinem Kanal, hier, da könnt ihr sehen, wie es geht. Ja, es ist guter Content und ich werde nicht aufhören, solange es mir Views bringt. Das ist doch klar, oder? Also, tut mir leid, Leute. Da muss man einfach mal... Ne, das passt. Hier ist direkt das Nächste. Qualität von Revis Fortnite-Videos, all glatt. Qualität von Revis Minecraft-Videos, strong as... Qualität von Revis Videos, in denen meine Memes vorkommen, stronger as... as... strong. Also, das Stärkste quasi, ihr versteht mich. Ja, das ist so, Revi-Meme, deine Memes sind die einzigen Memes, die mir ein Lachen ins Gesicht zaubern und mich nicht verzweifeln lassen und das Ende der Menschheit einläuten. Ich bin sehr froh, doch den einen oder anderen, oder die einen oder anderen in meiner Community sie haben, die tatsächlich versteht, wie Memes funktionieren. Und genau das hier, meine Freundin, ist ein Paradebeispiel, wie Memes funktionieren. Grüße geht raus an ReviMeme-Ameise. Macht, was Ameisen so machen. Sieben Jahre altes ich. Ich verurteile dich zum Tode. Ja, Mann. Ja, Mann. I feel it so hard, Leute. Ich weiß, dass wir damals... Okay, bisschen krank, aber auch bisschen funny. Wir haben einen ganzen Ameisenhaufen angezündet und fast den ganzen Wald angebrannt dabei. Ups, ist leider passiert. So ein Ameisenhaufen brennt by the way richtig gut. Gerade, wenn die brennenden Ameisen Piniennadeln oder sowas tragen, die dann auch brennen und die dann zu einem anderen Ameisenhaufen, also die ganze Ameisen... Es hat alles gebrannt. Es hat alles gebrannt. Wir wollten weglaufen, wir haben sie dann doch ausgetreten. Also wir haben halt nicht nur eine Ameise getötet, sondern wahrscheinlich eine Menge Ameisen. Aber es war lustig. Jetzt im Nachgang würde ich gerne für dieses Verbrechen einstehen und Reue anmelden. Okay. Ich wäre fast Veganer geworden. Da habe ich aber noch mal Schwein gehabt. Ja. Nee. Nee. Nee, weil Schweine vielleicht absolut eklig ist. Tut mir leid. Not relatable. Ich gucke ein Rewe-Video auf voller Lautstärke. Die anderen, die noch nicht fertig mit der Klassenarbeit sind. What the fuck, bro? Ja, man kennt es. Man kennt es, meine Freunde. Oft genug passiert. Ich habe auch letztens im Unterricht gesessen. Und was erzähle ich euch hier? Ich gehe seit 20 Jahren nicht mehr zur Schule. Ja, das ist ein super Meme. Ich weiß ja wirklich nicht, was das... Also, was ist denn das für ein Bild eigentlich? Wo kommt das her? Ist das aus dem Büro? Ist das aus der Berufsschule? Ich... Gut. Mein Gesicht, wenn ich das Lach-Emoji benutze. Ja, genau so. Ich gucke einfach so, weil ich finde Sachen einfach, die andere Leute mir nicht schreiben, lustig. Ich finde nur das, was ich mache, lustig. Und das reicht. Was es stört, was es weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. Perfekt, Trimax. Genau dein Humor, extrem lustig. Abwasser ist ein Thema, das man unbedingt klären sollte. Ja, richtig. Weil ich und meine Freunde, wir klären das so wie Klärwerke. Hä? Ganz genau. Und ich glaube zum Glück, dass wir jetzt hier am Ende angekommen sind, meine Freundin. Es sind 12 Minuten. Leo? Hm? Kriegen wir daraus 10 Minuten, ja, ne? Ja. Perfekt. Leute, das war es für dieses ganzen Video. Schaut auf jeden Fall jetzt gerne beim Stream rein. Ich bin wieder live mit Craft Attack. Und wir sehen uns dann irgendwann anders, wenn ich wieder irgendeine von euch mir angucke. Also, bis denn. Und macht's gut, hör rein. Küsschen.